Willst du denn zur Hölle fahren? Das hat Pater Pio zu einem seiner Beichtkinder gesagt und das erschüttert, aber das Resultat ist fantastisch. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Paul Oldenburg und hier im Kanal Pater Pio erfahren Sie natürlich alles über diesen großen Heiligen und wie er Ihr Leben heute verändern kann. Wenn Sie hier neu sind, abonnieren Sie den Kanal, geben Sie dem Video ein Like, damit wir eine große Verbreitung der Geschichten über Pater Pio hinbekommen. Pater Pio schockierte immer wieder, indem er die Leute aus dem Beichtstuhl warf und das war natürlich kein Zufall. Er wurde oft darauf angesprochen, wir haben auch schon einige andere Videos über solche Fälle hier im Kanal. Aber ich glaube in der Weihnachtszeit ist es vielleicht eine ganz gute, oder nicht in der Weihnachtszeit, sondern in der Adventszeit, in der Vorbereitung auf Weihnachten ist es eine ganz gute Sache, sich über die Reue mehr Gedanken zu machen. Und die Reue war für ihn Voraussetzung für die Absolution. Ohne Reue gab es keine Absolution und er wurde der oder sie aus dem Beichtstuhl herausgeworfen und es wurde gesagt, du kommst wieder, wenn du Reue hast. Aber wir sehen an diesen Geschichten, dass diese Reue auch nur eine Gnade ist und diese Gnade, um die können wir bitten. Und gerade in der Vorbereitung auf Weihnachten, auf das Kommen unseres Erlösers, dieses kleinen Kindes, das uns alle von der Hölle erlösen wird, ist es wichtig, damit wir es mit reinem Herzen empfangen, dass wir lernen, dass wir um Reue auch bitten können. Denn vielfach, ich glaube jeder kennt das, begehen wir Sünden und wir sind uns gar nicht darüber so sehr im Klaren, wie wir Gott, wie wir Jesus verletzt haben damit und wie wir ihm wehgetan haben. Und natürlich, wenn wir jemanden um Verzeihung bitten, dann muss es auch wirklich sein. Und darauf legte Pater Pio Wert. Und deswegen diese kleinen, heute zwei Geschichten, die genau darüber berichten. Denken Sie daran, diese Videos zu teilen, damit sind Sie eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag. Und wenn Sie abonniert haben, wenn Sie noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie jetzt und damit sind Sie eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag. Und es gibt Einwände, die durch Videos teilen, Gnaden bekommen, ob das Ablasshandel ist. Es ist unsere Intention, alle diejenigen, die sich aktiv an diesem Apostolat beteiligen, die sind eben eingeschrieben. Und die sollen bedacht werden, derer soll gedacht werden in der Messe, die wir lesen, jeden Freitag. Darüber brauchen sich die Pater Pio Schützlinge keine Gedanken zu machen, das wissen Sie, denn die haben ihre Messe jeden Freitag. Die sind automatisch eingeschrieben und die brauchen sich nur die Intention zu formulieren. Wie Sie Pater Pio Schützling werden können, schauen Sie in den Link unterhalb des Videos. Auch Provo Vaccarini hat eine gewisse Zeit im Wartesaal, in Anführungszeichen, verbringen müssen, bevor er ein geistiger Sohn von Pater Pio wurde. Aber der Pater hatte ihn gerufen. Gerufen wahrscheinlich, weil er eine Geschichte gehört hat über Pater Pio. Wahrscheinlich hat er ein Bild gesehen. Das sind die normalen Wege, wie Pater Pio jemanden ruft. Denn die kommen meist von weit her. Und diese Neugier, die Pater Pio in diese Herzen hineinsetzt, drängt sie dazu, zu Pater Pio zu kommen. Und das geht alles von ihm aus. Natürlich, die Gnade kommt aus dem Herzen Jesu und durch die Mutter Gottes zu diesen Seelen. Aber das ist immer der Weg. Und deswegen müssen wir diese Bilder verteilen in ganz Deutschland und überall dort, wo man uns versteht. Denn diese Bilder haben genau diese Kraft. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber dann passiert irgendwas. Und Pater Pio arbeitet in den Herzen. Bestellen Sie jetzt die Bilder, falls Sie sie noch nicht haben. Sie sind umsonst von einem Priester gesegnet. Sie können sie bestellen und damit haben Sie sie zu Hause und können ihr Apostolat machen. Als er sich zum ersten Mal im Beichtstuhl des Heiligen genähert hatte, hatte dieser ihn fortgejagt. Der Pater hatte ihn in Bezug auf eine Sünde, die er bekannt hatte, gefragt. Wie oft? Er antwortete, ich weiß nicht, wann ist halt passiert. Und Pater Pio, fort mit dir, willst du denn in die Hölle fahren? Obwohl er sehr erschrocken war, fand Probo den Mut zu fragen, wann darf ich wiederkommen? Sobald du bereit bist, antwortete der Pater. Trotz dieser theoretischen Gesprächsbereitschaft des Heiligen fühlte Probo sich gekränkt und sagte sich, als er wieder zu Hause war, zu dem gehe ich nicht wieder. Schauen Sie genau hin, diese Kränkung ist nichts anderes als Hochmut. Was fällt dem ein, mir so etwas zu sagen? Aber eines Nachts träumte er von Pater Pio, der zu ihm sagte, komm zur Beichte und eine genaue Gewissenserforschung folgen ließ. Das heißt, Pater Pio nimmt die Initiative. Er geht zu diesen Kindern hin, weil er die Angel schon hineingeworfen hat in das Herz. Und dann geht er den Kindern, den Verlorenen oder die, die in Gefahr sind, verloren zu gehen, geht er nach. Wer weiß, die Mutter von ihm hat sicherlich für ihn gebetet oder irgendjemand anders. Und jetzt bekommt er auch noch die Gewissenserforschung im Traum. So fuhr er wieder nach San Giovanni Rotondo. Jetzt wusste er auch, was er zu beichten hatte. Als er jedoch schon nahe beim Beichtstuhl war, schien ihm, dass die Anzahl seiner Fehltritte, die der Pater ihm im Traum eingegeben hatte, ein wenig übertrieben sei und er beschloss, sie zu reduzieren. Aber kaum, dass er mit dem Bekenntnis seiner Sünden anfing, schrie Pater Pio ihn an. Er solle genauer sein. Er begriff, dass er noch nicht das richtige Bewusstsein seiner Sünden hatte und nahm sich von da an vor, folgsam in der Schule des Paters zu lernen. Diese Schule brauchen wir heute. Deswegen nehmen wir Pater Pio mit unser Herz und bitten ihn, dass er es bearbeite, damit wir genau die Gnade bekommen, die Schwere jeglicher Sünde wirklich zu begreifen und darüber traurig zu sein. Ein weiterer Fall. Auf eine ganz eigenartige Weise hat der Pater auch Lorenzo Barale aus Turin von seiner Absicht abgehalten, nicht wieder nach San Giovanni Rotondo zurückzukommen. Lorenzo erzählt, schon seit längerer Zeit drängte meine Mutter mich, zu Pater Pio zu gehen, aber ich dachte nicht daran. Im Juli 1948 fuhr ich mit Freunden im Urlaub nach Rimini. Eines Tages, eines Abends erwachte in mir der starke Wunsch, dem Rat meiner Mutter zu folgen. Der Pio arbeitet. Die Mutter hat für ihn gebetet, also der Wunsch erwachte. Das ist kein Zufall. Und den heiligen Kapuziner kennenzulernen. Ich sagte allen, die bei mir waren, dass ich am nächsten Tag nach San Giovanni Rotondo fahren wolle. Ich lud sie auch ein, aber keiner wollte mit. Ich fuhr also zum Gargano und ging wenige Tage später zur Beichte. Padre, ich habe geflucht, lautete die erste Sünde, die ich bekannte. Kaum, dass er das hörte, schrie er mich an. Weg mit dir! Ich stand auf und stellte mich ganz nach hinten in die Sakristei. Ich versteckte mich fast unter all den Menschen, die sich um den Beichtstuhl drängten. Pater Pio hat in der Sakristei die Männer gebeichtet und dort nur vor einem Vorhang und da drängten sich alle Menschen drumherum. Und er gegen die Wand gerichtet hat er gebeichtet oder beichte gehört und drumherum standen die ganzen Menschen. Als Pater Pio die Beichte beendet hatte, ging er durch eine schmale Schneise, die sich zwischen den Menschen, die ihn grüßten, und seinen Handküsten geöffnet hatte, zurück ins Kloster. Ich sah ihm aus ein paar Metern Entfernung nach und dachte bei mir, mich wirst du nicht wiedersehen. Meine Freunde machen sich in Rimini eine schöne Zeit, ich fahre extra hierher und du jagst mich fort. Mich siehst du nicht wieder. Ich hatte diesen Gedanken kaum zu Ende gedacht. Da stand der Pater plötzlich vor mir. Er klopfte mir mit seinen Fingerspitzen dreimal kräftig auf den Kopf. Bumm, bumm, bumm. Dann ging er. Im nächsten Jahr war ich wieder in San Giovanni Rotondo, um mit ihm zu sprechen. Ich beichtete, bekam die Absolution und sagte dann, Pade, ich möchte heiraten. Ich will eine Familie und viele Kinder. Ich sagte das ganz spontan, ohne es mir vorher überlegt zu haben. Denn eigentlich hatte ich gar keine konkreten Heiratsabsichten. Ich flirtete ein wenig mit den Mädchen und meine heutige Frau kannte ich damals nur soeben und sie wusste nichts von meiner leichten Zuneigung für sie. Der Pater sah mich an und sagte, sobald wie möglich. Ein paar Jahre später war ich glücklich verheiratet. Natürlich ist auch dies eine wunderbare Gnade, die ihm zuteil geworden ist, in dem Moment einen Wunsch auszusprechen, der noch nicht einmal richtig formuliert war, aber ihm ins Herz gelegt wurde und dann spontan herauskam und ihn zack auf eine andere Bahn brachte, die ihn in die Ehe führte und somit vermied, dass er vielleicht dummes Zeug gemacht hätte. Diese kleinen Geschichten, sie zeigen uns die Zugänglichkeit von Pater Pio und die Einfachheit, mit der er den Glauben vermittelte. Und die Reue ist ein wichtiger Bestandteil bei der Beichte und ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur Heiligung, denn dann weiß ich wirklich, wo die Dinge liegen. Wenn ich immer dieselben Sünden habe, aber nie wirklich traurig sind darüber, dass wir sie falsch machen, dann werden wir sie auch immer wieder begehen, wir werden sie immer wieder beichten, aber wir kommen nicht weiter. Bitten wir Pater Pio in dieser Adventszeit, dass er uns die wahre Reue gibt, wenn wir dann zu Beichte gehen, dass wir auch die kleineren Dinge, dass wir durch sie hindurchsehen und den Schmerz unseres Herrn erkennen, den wir ihm damit zufügen und dann Traurigkeit darüber haben und wirklich den Willen fassen, es nicht mehr zu machen. Dann sind wir einen Schritt weiter. Pater Pio wird uns dabei helfen, da bin ich mir ganz sicher. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Pater, der Physiker, der Spiritus oder der SpiritusAM. ез Lu wiring Untertitelung des ZDF, 2020